So, einen wunderschönen. Es geht weiter mit Hot Wheels Unleashed 2. Wir haben ja beim letzten Mal die Kampagne durchgespielt und werden uns jetzt um das erste DLC kümmern. Made in Italy. Das ging aber schnell. So, wir haben hier 5 schnelle Rennen, 4 Drift Events, 5 Zeitangriff Events, 6 Ausscheidungsevents, 3 Wegpunkte und 3 Herausforderungen. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten schnellen Rennen. Schaffe es aufs Treppchen, hol den ersten Platz. Platz. Wir bleiben natürlich bei unserem Alfa Romeo. So, let's go. Der Start war schon mal gut. Der Start war schon mal gut. Perfekt. So, erste Runde haben wir schon mal. Weiter. Nein. Zu spät gesprungen. Untertitelung des ZDF. Letzte Runde. Knappe Kiste. Das war etwas zu weit. Knappe Kiste. 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 Sargon. Perfekt, das haben wir schon mal, sehr gut, 200 Münzen, ein bisschen XP, so, laden. Wir müssen darauf achten, dass die unter dem Namen einen roten Strich haben, aber haben wir leider kein Glück, müssen wir erst mal weitermachen, der Shop aktualisiert sich in 37 Minuten, okay, zu schlagende Zeit, 1,23,5 und für Unleashed Ziel 1,19,5. Für die Trophy brauchen wir, glaube ich, nur drei Events in der Karriere hier machen. Da wir aber noch ein paar Autos kaufen müssen, werden wir auf jeden Fall kompletten DLC-Kampagnen zu Ende machen, also sprich alle Events fahren, um ein Geld zu kommen. Okay. 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 Jetzt kann ich auf die Zeit geachtet, aber müsste, glaube ich, gereicht haben, jawohl. 1,6 haben wir. Das reicht auf jeden Fall. Nein, 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 nein. So, dann haben wir hier Ausscheidungsrennen, ne? Jetzt kann ich jetzt nur nicht den Start wieder verkacken. Nicht optimal, aber besser als gerade. Okay. 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 Ale. Okay. Okay. Das ist der Kutsch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jawohl, sehr schön. Ja, Bella Italia. So, damit haben wir dann das DLC trophäentechnisch fertig. Das ist Wegpunkt. Okay, Unleashed Ziel 240. Diese Wegpunktdinger mag ich ja gar nicht. Aber gut, wieder gepennt. Mein Gott. 24. Okay. Die Frage ist, das war wahrscheinlich falsch. Ja. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Come up the kiste. So. Hier haben wir noch eine Belohnung. Schließe das Basisziel von einem Rennen ab. Das sollten wir ja hinkriegen. Okay. Coole Sache. Ja, perfekt. Okay. 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 Oh mein Gott. 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 Bugatti. Oh mein Gott. 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 war zwar keine überragende leistung aber geschafft ist geschaffter wegpunkt 240 an die stelle Untertitelung des ZDF, 2020 Das war gut. 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 Let's go. Schlecht. Ich habe jetzt aber Glück gehabt, ich hatte keinen Boost mehr zum Springen. Die erste Runde geschafft. Ah, fuck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, letzte Runde Okay, letzte Runde Wow Perfect Yo Warte mal Aber das ist ultimative Herausforderung, ne? Das sind die... Die... Das haben wir hier oben doch auch, ne? Irgendwo war das doch, ne? Oder? Ja, hier Okay, gut, dann sind wir erstmal mit der Hauptstory durch Tschüssi Okay, minute Vielen Dank.